Was ist das? Was ist das? Wir warten. Herr Führer, sind Sie einverstanden, dass ich, nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, Es ist Landesverrat. Und Verrat an ihrer Person. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotzen. Ein paar Vanille, Vollpilz. Der Angriff Steilers war ein Befehl. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Was hat er denn das gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das? Verrat an meiner Person? An meiner Person? Ich will, dass Göring sofort entbachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. Schmack2 Ah!